CDU TV meldet sich vom Bundesparteitag. In diesen Minuten begrüßt die Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel die 1001 Delegierten, die sich hier auf den Weg nach Karlsruhe gemacht haben. Und das bedeutete für den einen oder anderen eine ziemlich lange Fahrt. Wir haben die Delegierte mit der längsten Anreise begleitet und den Delegierten, der hier gleich in Karlsruhe um die Ecke wohnt. Mein Name ist Gisela Lemke. Ich bin 63 Jahre alt und wohne in dem wunderschönen Ostseebad Binz und bin Delegierte für den Parteitag Karlsruhe aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, darum beneiden uns bestimmt einige, dass wir den Wahlkreis von Frau Merkel vertreten können. Wir haben eigentlich eine gute Zusammenarbeit mit Frau Merkel und können sie auch in ihrer Arbeit vor Ort unterstützen. Die Parteifreunde haben mitgegeben, dass wir Frau Merkel mit überwiegender Mehrheit wieder als Bundesvorsitzende wählen und dass ich einige Erfahrungen mitbringe, die wir in unserem Wahlkampf im nächsten Jahr verwenden können. Ich denke schon, dass es eine gespannte Stimmung ist und auch eine Erwartungshaltung bringt ja jeder mit, von dem Parteitag auch was mitzunehmen für seinen Kreisverband oder für den Landesverband. Und für jeden Einzelnen ist das schon ein Erlebnis, möchte ich sagen. Und die Wahl von Frau Merkel steht ja an. Ein bisschen aufgeregt bin ich trotzdem schon. Mein Name ist Ingo Wellenreuther. Ich bin 50 Jahre alt. Ich wohne in der schönsten, attraktivsten und gastfreundlichsten Stadt Deutschlands. Und ich bin Delegierter auf dem Bundesparteitag für den Wahlkreis Karlsruhe-Stadt. Als Karlsruher bin ich sehr stolz natürlich, auch als Vorsitzender der CDU Karlsruhe, dass der Parteitag hier stattfindet. Wir stehen im Fokus der nationalen, aber auch internationalen Presse. Die Gastronomie und die Hotellerie ist ausgebucht. Es sind Tausende von Menschen in der Stadt, Delegierte, Gäste, Pressevertreter. Also von daher ist es für die gesamte Stadt eine ganz hervorragende Sache und die CDU Karlsruhe kann sich sehr gut präsentieren. Ich hoffe, dass von Karlsruhe aus die Wände ausgeht, dass hier ein Aufbruchssignal gesendet wird nach draußen, dass die CDU hervorragende Ergebnisse vorzuweisen hat, was das Wirtschaftswachstum anbelangt, was die Arbeitslosigkeit anbelangt. Und dass wir da ein Signal senden der Geschlossenheit und des Aufbruchs. Auch ein Signal für die Landtagswahl in Baden-Württemberg natürlich im nächsten Frühjahr. Und dass wir hier gute Ergebnisse erzielen. Ja, ich erwarte erstmal eine kämpferische Rede von der Bundeskanzlerin. Dann erwarte ich gute Wahlen, gute Wahlergebnisse. Und insgesamt erwarte ich vom Parteitag, dass ein Signal ausgeht. Jetzt haben wir ein Abendessen mit Frau Dr. Merkel. Sehen Sie auch geregt? Ein bisschen ja, aber ich kenne Sie ja. So, guten Abend. Hallo Frau Lemke. Die weites angeheizte Delegierte, wenn das nichts ist, dann. Das mache ich jetzt gerne. Ja, ne? Ja, richtig. Wenn man so einen schönen Wohnort hat, dann kann man das auch machen. Richtig. Richtig. Wunderschöne Ich muss sagen, ich bin begeistert, genau das, was ich erwartet habe, dass sie kämpferisch auftritt und mit großer Ernsthaftigkeit bilanziert, wie wir politisch dastehen, welche Erfolge wir vorzuweisen haben, aber gleichzeitig auch mit einer ganz großen Emotionalität die Stimmung im Saal hier nach oben gebracht hat. Was war die Redepassage, die Sie am meisten berührt hat oder Sie am meisten bewegt hat? Einmal das C wieder in der CDU erwähnt haben und dann, dass wir gemeinsam für ein starkes Deutschland, egal welche Schwierigkeiten wir haben, gemeinsam, dieses Wort. Ja, ich habe meine Stimme abgegeben und ich hoffe, dass nach dieser starken Rede ein gutes Ergebnis herauskommt. Bin ich eigentlich Gute Dinge? Ja, mit meiner Prognose richtig. Habe ich geschätzt 93,90 Prozent. Klasse. Tolles Ergebnis. Sie freuen sich richtig? Richtig. Doch, richtig. Volles Ergebnis. Hat sich das Ergebnis, muss ich sagen. Frau Lemke, Tag 2 des Bundesparteitages hier in Karlsruhe. Wie läuft der Tag bislang so ab? Der läuft bislang gut ab. Es sind reiche Diskussionen, ist ja auch ein wichtiges Thema, was jetzt diskutiert wird. Was erwarten Sie sich noch von dem heutigen Tag? Naja, die Rede von Herrn Seehofer will ich noch hören. Und dann haben wir noch ein, zwei Themen drauf. Und das ist schon, ist aber ein guter Parteitag gewesen. Ja, es war ein sehr spannender, interessanter Parteitag hier in Karlsruhe, in der neuen Messe Karlsruhe. Und ganz besonders gut war die Rede der Kanzlerin, die sehr kämpferisch und emotional war und Delegierten erreicht hat und mitgerissen hat. Aber ich fand auch sehr gut, dass über viele Themen kontrovers und intensiv diskutiert worden ist. Gerade das Thema Bundeswehrreform, das Thema Präimplantationsdiagnostik, das sind sehr wichtige, ernsthafte Themen. Und mit dieser Ernsthaftigkeit wurde bei uns hier in Karlsruhe bis spät die Nacht debattiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017